Ich wurde hier eingeladen zur Faszination Japan, was mir eigentlich wenig gesagt hat, und habe einmal zuerst Nein gesagt, weil ich gerade mit Japan ziemlich Schwierigkeiten hatte, früher, dass in 43 die Japaner auch in Indonesien waren und auch auf Java und alle Holländer ins KZ gesteckt haben. Und ich habe also zweieinhalb Jahre KZ von den Japanern erlebt und da war diese Einladung für mich etwas schwierig. Ich habe es zwar also schon ad acta gelegt, weil ich habe 2014 eine große Performance gemacht mit dieser Sache, mit dem KZ Java. Und dadurch habe ich sehr viel abgelegt, geht es mir viel besser. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe in den 80er Jahren eine weiße Zelle gebaut, die so groß ist wie ich, ganz genau. Woran ich drei Jahre gearbeitet habe, wo ein großer Katalog entstanden ist, geht dieser Bogen jetzt darüber. Die weiße Zelle wird transparent und sie fliegt. Und drinnen sehr wichtig ist diese Arbeit, die ich über alte Menschen, vor allem über mich, also das Altwerden gemacht habe und immer mache, seit 2000, also zehn Jahren ungefähr. Und jetzt aber mit ein Paar. Also das ist die Erweiterung Mann und Frau.